Raum stehen, okay? Ja, egal. Jetzt muss ich kurz gucken, wie ich das hier anpassen kann. Äh, der Himmel war düster, als ob Sonne von einem Finsternis entdeckt war. Warten war, ne? Okay. Ne, will ich jetzt nicht angucken. So, was haben wir denn hier gemacht? Stimmung. Hä? Was hängt das immer? Check it out. Was check it out? Was soll denn das sein? Wie kann man denn diese komischen Dinger hier machen? Nice house. 14. Vor allem hier. Wie kann man denn hier so einen Punkt setzen? Hm. Was haben wir denn jetzt hier? Kohle. Jetzt können wir ja schon mal so ein bisschen umwandeln. Machen wir mal 20 Dinger hier herstellen. So, was brauchte ich denn jetzt eigentlich? Was war denn jetzt eigentlich meine Aufgabe? Drücke Tab, um das Funktionsrad zu öffnen, rufe dann V und sprich mit ihm. Also für ein V... Was für Tab. Tab, Tab Tester. Hier die? Ja. Wiege, V rufen. Hoch. So komische Vogel hier, oder was? Wo bist du denn? Vögelchen. Wollen Sie mich jetzt... Wollen wir jetzt verarschen? Was ist denn die Sau? jetzt hier wie geht es dir bist du irgendwelchen schwierigkeiten gestoßen die mann wird regelmäßig einige aufträge veröffentlichen die nicht so schwer sind aber attraktiv belohnungen bieten die aufträge reichen von holzfällen und bergbau bis zum erlegen von mutanten was dir aber auch leicht fallen sollte kommt zu mir wenn du interesse hast die union ist sehr vermögend und bietet einige wertvolle belohnungen und provisionen an nimm an einen auftrag nimm einen auftrag an schließe ihn ab um belohnungen zu kassieren halte tab gedrückt und um das funktionsrad zu öffnen und v ok holzl tv grüße so gut jetzt haben wir hier schmelzofen schön was schmelzen hier kohle ist fertig da können wir jetzt kupferbahnen draus machen diese 20 kupferbahnen können wir dann wieder für andere weitere materialien verwenden zum beispiel für waffenherstellung etc ja gut lassen wir das jetzt erstmal so im raum stehen wir schnappen uns erstmal unser moped also was hat denn der hier hingerichtet das ding war gestern noch offen da hat hier eine werkstatt alles hink hältst du mich verarscht was hat denn der hier hingeklastert das ding war gestern noch offen wo ich gespielt habe weg das interagieren sie dir die auftragstafel begibt dich tutorial weg eines mich für was my fly teilen 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 schmelzen 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 freilich 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 so ist richtig tippen 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 hier jetzt muss ich wieder muss ich wieder den f habe ich doch gerade gemacht sieht ja auftrag an hier das ist ein auftrag kontaktpersonen über lebensgrundlagen rationale konfrontation abfall recyceln essens vorbereitung daumen hoch über lebenstest lege über 3000 km mit einem fahrzeugzeug noch das können wir doch gerne machen im gange so 15 abgeschlossene denkst so tutorial weg abgeschlossen erkunde die siedlung von ok da schnappen wir uns jetzt hier unser moped hallo mal zeit hier drauf auf den esel die alte ist noch halb nackt konnte ich mir gestern konnte ich mir gestern schön den charakter erstellen voll busig konnte man natürlich nicht einstellen spaß muss erst mal kurz muss erst mal plötzlich überhaupt hinkommen wie komme ich jetzt dahin überhaupt hin wo ich hin will darüber kann ich auch schnell reise machen ne ich will erst mal hier lege kann ich ja nicht wegpunkt setzen hin platzieren hallo hin platzieren du pfeifen wegs versteckte elemente zeigen elementen pervers link ne nix pervers link ach ich fahre einfach mal hier drauf zu brauchen wir hier oben rum wie krieg ich meine leiste da unten eigentlich wieder aufgefüllt aufgefüllt so schön mit dem moped hier umheizen Juhu! So ist das. Die Frage ist nur... Die Frage ist jetzt nur, wie kriege ich jetzt das Ding repariert und auch meine Leiste da unten wieder aufgefüllt. Das ist jetzt die nächste Frage. So, und ich stream heute auf dem Kanal, weil auf den anderen war ich ja gestern über 5 Stunden live und so. Und da habe ich das Video dann von dem Charakter veröffentlicht. Und das Video hat gerade mal, wenn es hochkommt, 6 Aufrufe erzielt. Deswegen wollte ich das heute hier mal machen. Ne, die müssen gerade aus. Ja, das dauert ja ewig, bis ich hier mal vorhanden komme, ey. Können ja hier auch... Warte mal. Hier können wir auch schön ändern. Das Ding ist auch beim Diff durchgefallen, du, das sage ich dir aber. Nicht mal da dreht sein Messer funktioniert. So geht es aber nicht hier. Leute, wie geht es euch so? Wie geht es euch heute so? Bin ich jetzt hier richtig überhaupt? Hier ist die Taste. Ich bin falsch gefahren. Schienen-Nachsatz-Verkehr, alle mir nach! Schienen-Nachsatz-Verkehr! Oh, hier hat es schon eine Werkstatt hier. Auf jeden Fall habe ich mich gestern noch richtig gut erschrocken. Wo jetzt so ein paar Zombies hier um die Ecke kamen, sage ich jetzt mal so. Das war auf jeden Fall richtig gut. Weiß ja nicht, ob das irgendeiner gesehen hatte. Ey, ey, ich habe ja Vorfahrt hier, Kollege. Pass mal ein bisschen auf hier mit deinem Drehtesel, Junge. Glaubst du, da wohne ich hier, Junge? Oh, hier sind wir mal ein bisschen bei Landwirtschafts-Erntezeit-Aufgabe erfüllt. Ich habe doch mal keine 3000 Kilometer gefahren. Naja, egal. Guck, hier ist schon so ein... Nichts-Nutz. Mal absteigen hier. Was sind wir denn hier, Junge? Hoch. Was ist schon da? DSDL? Ja, moin. Äh, was ist denn hier? Speicherung ist hier wohl nicht... Was für ein Kuchen-Revolution. Was ist denn das für ein Name? Ja, moin. Der hat auch die Hälfte nur. Was haben wir denn da? Geil. Post von Lisa Marie. Wer das liest, darf mich anschreiben. Haha. Like. Hat 800 Dinger. Lisa... Lisa Marie. Hey, was ist denn hier mit der Grafik auf einmal? Warum sehen die Hose denn so beknackt aus? Wie komme ich denn jetzt da hoch? Warum sieht denn das Haus hier so blöd da aus? Ach, jetzt hat es gespeilt. Äh, jetzt ist es offen. Ja, moin. Was hat denn da so lange... Was ist mit ihm hier, Alter? Was macht der denn da, Alter? Hä? Mein Bruder ging vor drei Tagen auf die Suche nach Nahrung und ist noch nicht zurück. Ist dann noch am Leben. Ich möchte ihn suchen und gebe mir lange nichts gegessen. Und keine Kraft, ich vermisse Mama. Sagt er. Hä? Jetzt wird das... Also irgendwie haut hier irgendwas nicht hin. Warum... Warum werden hier manche Sachen erst viel zu spät gespawnt? Das ist doch Kackwurst. War die Grafikkarte hier nicht hin, oder was? Das ist doch scheiße. Oh, hier ist ein Ding. Hier kann man hochgehen. Ey, Hutzl. Was geht denn ab, Junge? Das Zimmer ist ja echt wieder schön gemacht, du. Oh. Also wir sind noch ziemlich am Anfang, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich bin noch am Anfang. Ich muss hier noch erstmal alles herausfinden, wie was hier funktioniert. Und, ähm, ja. Demnach ist es natürlich auch ein bisschen für mich... Und, ähm, ja. Ich will das Ding da haben. No, manov. Nehmen wir hier, Armbrust, Junge. Schöner Armbrust, Junge. Ganz den Tag im Umgang. Was ging denn im Umgang? Crafter. Guck mal, ich hab mein Spielspiel da auf dem Feld gefunden. Muah. Okay. Ich will das Ding da haben. Wasserflasche. Geht denn nicht, oder was? Ach, egal. Ach, er geht hier hoch. Ja, moin. Das sind alles natürlich auch noch Online-Spieler. Wohl gemerkt, ne? Ah. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstüchen heiß. Hä, wie ist denn der da noch aufgekommen? Verarschen, oder was? Ach, leckst mir der Marsch. Hä? Hä? Lol. Also, wir müssen jetzt erstmal hier dieses Gebiet erkunden. Und schalte halt Spalt-Dingsbumster frei. Das ist ja so ein Ding, was hier irgendwie, keine Ahnung, in die Luft geht. Aber letztendlich, ob das was bringt, weiß, weiß ich, keine Ahnung. So. Da. Rufe, erweiterte Ziele solltest du ja beirufen und verwenden. Aktiviere Fahrzeug und Reisen zu erwähnen. Was? Gehe. Was? Für weit entfernte Ziele soll das so... Das ist ja eine Aufgabe, aber halt. Ich will aber nicht reisen. Ich will fahren. Oh, Leute. Was geht so ab? Oh, Leute. Mir juckt schon das Sack. Hallo. Wo ist mein Moped? Wo ist denn mein Moped? Habe ich denn das abgestellt? Auf tanken, fahren. Hier. Lieber Chat, man hat euch gefragt, wie... Wie findet ihr das denn jetzt bis jetzt? Achso, ich muss erst mal... Guck mal, meine Ex-Schwister sind da. Bamm, Junge. Voll in die Schnauze, Junge. Volle Brude. Was geht mit dem ab? Ein springender... Ein springender Dingsbumster hier. Geil. Meine Geschwister sind da. Ich habe es doch schon immer gewusst, Junge. Geil. Achso. Müssen wir 6 drücken. Erstmal eine Spritze in einen Jahren hier. Und ab ging Zeit. Jetzt drängen wir erstmal ein Wässerchen noch schnell hier. Und die Ausdauer natürlich immer schön hoch bleibt. Aber wir müssen mal was zu essen langsam herstellen, weil ich habe langsam nichts mehr zu essen. Das ist der Nachteil in der Hinsicht. Ich habe fast nichts mehr zu futtern. Das ist Kackwurst. Wir müssen hier nämlich auch auf unser Leben achten. Und demzufolge auch an alles andere. Trinken. Natürlich die Dings immer wieder oben halten. Saisonbelohnung wäre jetzt verfügbar. Jetzt gehen. Jetzt gehen. Was haben wir denn für den Saison? Mein Stein erreicht. Gehe ins Saisonreiter. Erkunden. Abholen. Okay. Aktiviere 10 Telepale. Okay. Abholen. Cool. Ist ja cool, dass wir hier aber noch so Aufgaben machen müssen, wo wir jetzt hier noch so Sachen abholen müssen. Zwillingen bei meiner Mutter und die sind ein bisschen herumgefahren und eingekaufen gegangen. Okay. Territorium. Gut, habe ich jetzt hier. Kann ich schon was abholen? Perfekt. Haben wir das schon mal gemacht. Vier Tage nur offen. Belohnungsübersicht. Okay. Öffne die Phase. Okay. Können jetzt wieder Mentor. Ne, das war falsche Taste. Hängt das jetzt hier bei mir hier? Der Chat oder was? Oder bin ich jetzt hier bescheuert? Hey, ich habe ein Freundescode für Starterblut und ein legendäres Sturmgewehr, wenn du interessiert bist. Für was jetzt wie? Jetzt meinst du, wird das Spiel jetzt oder was jetzt wo oder wie? So, Aufbewahrungsbox. Ähm, ja. Ich habe jetzt hier keinen Bock, jetzt hier drei Stunden lang wieder zu suchen, wegen so einem blöden Aufbewahrungsbox und... Also, wir müssen nur noch nach mysteriösen Kisten teilweise suchen. Aber... Meine Geschwister sind noch mal startet. Wo sind sie denn? Ich höre doch schon wieder jemanden. Ach, hier. Guck mal hier. Boom, Junge. Boom, Junge. Guck mal her. Boom, voll in den Kopf, Junge. Geil. Ja. Können wir hier noch später noch mit Fahrzeugen fahren.